Vor langer, langer Zeit lebte ein Prinz in einem weit entfernten Land. Bei seiner Geburt wurde ihm prophezeit, er werde entweder ein großer Herrscher oder aber, wenn er das Leid der Welt erkenne, ein erleuchteter Weiser. Sein Vater, der König, der seinen Sohn zu seinem mächtigen Nachfolger auserkoren hatte, beschloss daraufhin, dem Prinzen jegliche Not und alles Elend vorzuenthalten. So wuchs der außergewöhnlich begabte Prinz in Prunk und Luxus auf, heiratete früh und lebte froh und ohne Sorgen. Eines Tages jedoch entkam der abgeschirmte junge Mann den königlichen Aufpassern und er traf auf seinem Wege einen verkrüppelten Greis, einen Fieberkranken, einen verwesenden Leichnam und schließlich einen Asketen. Die Erkenntnis dieser vier Zeichen, Alter, Krankheit, Tod und Schmerz, bewegte ihn tief. Er erkannte die Bedeutungslosigkeit von Wohlstand und Reichtum sowie die Sinnlosigkeit seines bisherigen Lebens und beschloss, einen Weg zu suchen, der Leid und Not von dieser Erde verbannen sollte. So beginnt die Legende vom nordindischen Prinzen Siddhartha, dessen genaue Lebensdaten, entweder um 500 oder 400 vor Christi, in der heutigen Forschung ebenso umstritten sind, wie es die Frage seiner exakten Herkunft ist. Da es keine schriftlichen Zeugnisse aus dieser Zeit gibt, basiert unser Wissen über sein Leben und sein Werk ausschließlich auf der mündlichen Überlieferung durch seine zahlreichen Anhänger. Und eben diese Überlieferung berichtet uns, wie der durch die vier Zeichen aufgeschreckte Prinz im Alter von etwa 29 Jahren Hof, Frau und Kind verließ und als Asket sechs Jahre lang durch die Welt wanderte. Auf seiner Suche nach Erlösung studierte er sämtliche bekannten religiösen Lehren und verwarf sie wieder, da er sein Ziel nicht erreichte. Schließlich gab er sich den Namen Gautama und widmete sich fortan ganz der Meditation, auf der Suche nach seinem eigenen, dem mittleren Weg als besitzloser Bettelmönch. Eines Tages setzte sich der 35-jährige Gautama an das Ufer des Flusses Nair Anjara unter eine Pappelfeige und beschloss dort so lange zu verweilen, bis er die letzte Erkenntnis erlangt habe. In tiefster innerlicher Versenkung fielen als dann Hass, Begierde und Unwissenheit von ihm ab, und er erlangte die vollkommene Erleuchtung, Bodhi, die ihn zum ersten Buddha, zum Erwarten, machte. Seitdem darf den Titel eines Buddhas nur derjenige tragen, der aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe die Vollendung des Geistes erlangt, das heißt vollkommene Weisheit, Sunyata und grenzenloses, wenn auch distanziertes Mitgefühl, Karuna. Ein Buddha hat bereits zu Lebzeiten das letztliche Heilsziel erreicht, das Nirvana. Dieser eigentlich unbeschreibliche Zustand der Zustandslosigkeit bedeutet den Austritt aus dem Kreislauf des Leidens, Samsara und der Wiedergeburt. In seiner ersten Predigt vor seinen Jüngern formulierte der erleuchtete Siddhartha Gautama diejenigen Thesen, die er 45 Jahre lang bis zu seinem Tode lehrte und die auch zur Basis des Buddhismus wurden. Der mittlere Pfad, dessen Grundlage die vier edlen Wahrheiten bilden. Das Leben im Kreislauf des Daseins ist letztlich leidvoll. Die Ursachen dieses Leidens sind Gier, Hass und Verblendung. Verschwinden die Ursachen, verschwindet auch das Leiden. Der edle achtfache Pfad führt zum Erlöschen des Leidens. Letzterer beinhaltet acht Orientierungspunkte für menschliches Denken, rechte Anschauung und Gesinnung, die Sittlichkeit, angemessenes Reden und Handeln sowie ein rechter Lebenserwerb und den Zugang zur spirituellen Dimension, Streben, Achtsamkeit und Konzentration. Buddha war weder ein Gott noch ein Prophet. Seine Lehre, Dharma, wurde ihm von keinem höheren Wesen offenbart. Zur letzten Erkenntnis sei er vielmehr allein, durch die eigene innere meditative Schau, Kontemplation gelangt. Diese Erfahrung ist jedem zugänglich, unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, so er die Lehre und Methodik Buddhas befolge. Kurz vor seinem Abschied von der Welt hatte Buddha seinen Anhängern empfohlen, seinen Lehren nicht einfach blind zu folgen, sondern diese anhand der eigenen Erfahrungen stets zu überprüfen. Diese Tatsache sowie die hohe religiöse Toleranz gegenüber anderen Glaubenssystemen und die Fähigkeit des Buddhismus, sich mit anderen Kulturen, Philosophien und auch Religionen vermischen zu können, führten zu einer bemerkenswerten Vielfalt in der Weiterentwicklung der buddhistischen Idee. Von den zahlreichen Abspaltungen und Variationen blieben letztlich zwei große Schulen übrig, Der Theravada, wörtlich Schule der Älteren, ist die letzte der Schulen, die sich ausschließlich auf die im dritten Jahrhundert vor Christi im Konzil von Patna festgelegten Lehren und Regeln beziehen, die im sogenannten Dreikorb, Tripitaka, überliefert sind. Im Gegensatz dazu stehen die Schulen des Mahayana, großes Fahrzeug, die zwar auch den Dreikorb akzeptieren, darüber hinaus aber auch zahlreiche Texte jüngeren Datums in ihren Kanon aufgenommen haben und über keine einheitliche Lehrtradition und Praxis verfügen. Zudem legen die Schulen des Mahayana einen größeren Wert auf die Vermittlung des Weges zur Erleuchtung, während die Schule der Älteren die eigene Erweckung in den Vordergrund stellt. Die zahlreichen Richtungen des Mahayana entstanden erst in nachchristlicher Zeit. Zu ihnen werden unter anderem der Zen-Buddhismus oder die verschiedenen Schulen des Vajrayana, des tibetischen Buddhismus, gezählt. Erst Buddhas Nachfolger haben aus der ursprünglich philosophischen Lehre, die kein Gott, keine Seele, keine Kasten und keine sozialen Unterschiede kennt und somit als Gegenkonzept zum indischen Brahmanismus gesehen werden kann, eine Lehre unter religiösen Aspekten gemacht. Die Frage, ob der Buddhismus also überhaupt eine Religion ist, lässt sich nicht beantworten. Für denjenigen, der in der Religion einen Zustand der spirituellen Befreiung sieht und der sich bemüht, diesen Zustand für sich selbst und auch für andere Menschen zu erreichen, ist der Buddhismus selbstverständlich eine Religion. Für diejenigen, die von einer Religion zum Beispiel einen Gott und eine Heilserwartung nach dem Tode verlangen, ist er es nicht. Denn der Buddhismus kennt keinen Schöpfer, da alles entsprechend dem natürlichen Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma, entsteht, das von niemandem gemacht ist. Der Dalai Lama umschreibt diese Frage sinngemäß so. Der Verbund der Religionen schließt den Buddhismus aus, weil dieser eine Philosophie sei. Der Verbund der Philosophien schließt ihn aus, weil er eine Religion sei. Von beiden Seiten ausgeschlossen, werde der Buddhismus zu einer Brücke zwischen Religion und Philosophie. Hören Sie nun Auszüge aus dem Sutta Pitaka, einem der drei Teile der kanonischen Textsammlung des Dreikorps, in dem Buddhas Lehrreden nach der mündlichen Überlieferung gesammelt sind. Vor dem Erwachen Der Buddha sprach zu seinen Jüngern Ich wuchs auf unter sorgfältiger Pflege. In meinem väterlichen Heim hatte man für mich Lotusteiche mit blauen, weißen und roten Lotusblumen anlegen lassen. Ich gebrauchte nur die feinsten Salben aus Benares. Aus feinstem Benares-Stoff war meine Kleidung. Tag und Nacht wurde ein weißer Schirm über mich gehalten, damit ich nicht durch Kälte oder Hitze oder Staub belästigt würde. Drei Paläste besaß ich, einen für den Winter, einen für den Sommer und einen für die Regenzeit. In diesem war ich die vier Monate der Regenzeit hindurch nur von weiblichen Musikanten umgeben. Während ich so in Reichtum und Pracht lebte, kam mir der Gedanke, wenn ein unkundiger Weltling, der doch selbst dem Altern, der Krankheit und dem Sterben ausgesetzt ist, einen Greis oder einen Kranken oder einen Toten erblickt, so empfindet er Unbehagen und Abscheu. Empfände auch ich, der ich doch auch dem Altern, der Krankheit und dem Sterben ausgesetzt bin, beim Anblick eines Greises, eines Kranken oder eines Toten, Unbehagen und Abscheu, so wäre das nicht recht von mir. Bei diesem Gedanken entschwand mir aller Jugenddünkel, aller Gesundheitsdünkel und aller Lebensdünkel. Der Gang in die Hauslosigkeit Bevor ich zum höchsten Erwachen gelangt war, kam mir der Gedanke, das Leben in der Häuslichkeit ist voll Bedrängnis und Unreinheit. Unter freiem Himmel lebt der Asket. Wer in der Häuslichkeit lebt, kann nicht leicht den höchsten, ganz reinen, vollkommenen Wandel der Heiligkeit führen. Soll ich mir nicht Haar und Bart scheren, gelbe Gewänder anlegen und aus der Häuslichkeit in die Heimatlosigkeit ziehen? Nach einiger Zeit zog ich, jung, kräftig, dunkelhaarig, in glücklicher Jugend, in der ersten Mannesblüte, gegen den Willen meiner weinenden und klagenden Eltern, mit geschorenem Haar und Bart, mit gelbem Gewand bekleidet, aus der Häuslichkeit in die Heimatlosigkeit. Yogastudium und Askese Als ich nun Asket geworden war, nach dem Heil strebte und den sicheren, zum Frieden führenden Weg suchte, ging ich zu Alara Kalama und wurde sein Schüler. Sehr bald lernte ich seine Lehre dem Wortlaut nach. Da kam mir der Gedanke, dass Alara Kalama nicht seine ganze Lehre vortrage und gewiss noch ein genaueres Wissen besitze, und ich fragte ihn nach dem letzten Ziel seiner Lehre. Darauf führte er mich ein, in das Verständnis des Gebiets des Nichts. Bald bestätigte er mir, dass ich seine Lehre vollständig verstanden hätte. Er erklärte, ich sei ihm selbst an Wissen gleich, und er wies mir die hohe Ehre, dass er mir anbot, mit ihm zusammen die Schule zu leiten. Ich fand aber, dass seine Lehre nicht zum höchsten Ziel, zum Nirvana, führt, sondern nur zum Gebiet des Nichts, und unbefriedigt von ihr zog ich fort. Weiterforschend begab ich mich nun zu Udaka, dem Sohne des Rama, und wurde sein Schüler. Auch seine Lehre lernte ich bald dem Wortlaut nach, und dann ließ ich mich von ihm tiefer einweihen und gelangte zum Verständnis des Grenzgebiets von Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung. Udaka war hoch beglückt über mein Verständnis seiner Lehre und wollte mir sogar die Leitung seiner Schule anvertrauen. Ich fand aber, dass auch diese Lehre nicht zum höchsten Ziel, zum Nirvana, führt, sondern nur zum Grenzgebiet von Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung, und unbefriedigt von ihr zog ich fort. Ich wanderte nun im Lande Magda von Ort zu Ort und kam in die Nähe des Dorfes Uruvela. Dort erblickte ich einen herrlichen Platz, einen ruhig heiteren Wald, einen klar dahin strömenden Fluß, der gute Badegelegenheiten bot, und ganz entzückend war, und in der Nähe das von Wiesen umgebene Dorf. Der Ort gefiel mir und schien mir geeignet zum Nachdenken für einen ehrbaren Mann, der die Erlösung sucht. Ich presste die Zähne aneinander, legte die Zunge an den Gaumen und unterdrückte das Denken. Ich presste es und zermarterte es. Dann hemmte ich das Ein- und Ausatmen durch Mund und Nase. In den Ohren aber erhob sich ein ungeheures Sausen durch die herausströmende Luft. Dann hemmte ich das Ein- und Ausatmen durch Mund, Nase und Ohren. Dabei aber stieß die Luft mit ungeheurer Wucht gegen meinen Schädel, wie wenn mir ein starker Mann mit einem Schwert den Schädel anbohrte, und ich empfand heftige Kopfschmerzen. Gewaltige Schmerzen wühlten in meinem Bauch, und der ganze Körper schien mir zu brennen. Aber alle diese Qualen machten keinen bleibenden Eindruck auf mein Gemüt. Da sagten einige Geister, als sie mich sahen, ich sei gestorben. Andere meinten, ich läge gerade im Sterben. Wieder andere glaubten, ich sei jetzt ein Heiliger geworden. Nun erwog ich, ob ich mich nicht der Nahrung ganz enthalten sollte. Doch Geister kamen zu mir und erboten sich mir durch die Poren der Haut himmlische Nahrung einzuflößen, um mich dadurch am Leben zu erhalten. Mir aber wäre dies als ein Betrug erschienen, und ich wies die Geister ab. Ich beschränkte mich nun darauf, sehr wenig Nahrung zu mir zu nehmen. Dadurch magerte mein Körper außerordentlich ab, und meine Hautfarbe wurde ganz dunkel. Da dachte ich, dies ist das Äußerste an qualvoller Askese, das jemals Asketen oder Brahmanen erreicht haben oder jetzt erreichen oder in Zukunft erreichen werden. Und doch gelange ich mit dieser qualvollen Kasteiung nicht zu dem Bereich der vollen, edlen Erkenntnis und Einsicht, die alles Menschliche übertrifft. Könnte es nicht doch einen anderen Weg zum Erwachen geben? Ich erinnerte mich, dass ich einst, als mein Vater beschäftigt war, im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaums saß und mich dort frei fühlte von Wünschen und Sorgen, frei von dem Verlangen nach Sinnesgenüssen und von unheilsamen Regungen und die mit Nachdenken und Forschen verbundene, aus der Ablösung entstandene, von Freude und Wohlbehagen erfüllte erste Stufe der Versenkung erreichte. Und ich dachte, dies könnte der Weg zum Erwachen sein. Zuerst scheute ich mich vor diesem Glück, das abseits von dem Verlangen nach Sinnesgenüssen und von unheilsamen Regungen liegt. Aber ich überwand diese Scheu bald, und dann sagte ich mir, dieses Glück ist nicht leicht zu erreichen für einen, dessen Körper allzu sehr abgemagert ist. Und ich nahm wieder reichlich Speise zu mir, Reisbrei und saure Reissuppe. Damals lebten fünf Bigchus bei mir, die dachten, wenn der Asket Gautama zur Wahrheit gelangt, wird er sie uns mitteilen. Als ich aber reichlich Speise zu mir nahm, wandten sie sich von mir ab und verließen mich, da sie glaubten, ich hätte das Ringen aufgegeben und mich einem Leben im Überfluss zugewandt. Das Erwachen Nachdem ich nun wieder zu Kräften gekommen war, machte ich mich frei von dem Verlangen nach Sinnesgenüssen und von unheilsamen Regungen und gelangte zur ersten, dann zur zweiten, zur dritten und zur vierten Stufe der Versenkung. Als mein Gemüt auf solche Weise beruhigt war, gereinigt, geläutert, frei von Begierde, sanft, fügsam, fest und unveränderlich, wandte ich mein Denken zu der Erinnerung und Erkenntnis meiner früheren Daseinsformen und ich erinnerte mich nacheinander an Hunderttausende meiner früheren Daseinsformen bis in frühere Weltperioden zurück. Dieses erste Wissen erlangte ich in der ersten Nachtwache. Dann richtete ich mein Denken auf das Vergehen und Wiederentstehen der Wesen. Ich sah mit himmlischem, klarem, übermenschlichem Blick, wie die Wesen vergehen und wieder entstehen. Ich erkannte die niedrigen Wesen und die hohen, die schönen und die unschönen, die glücklichen und die elenden, wie es ihnen je nach ihren Taten ergeht. Die Wesen, die in Werken, Worten und Gedanken schlecht gelebt, die über die Edlen Böses geredet haben, die falsche Ansichten hatten und demgemäß handelten, diese sind nach dem Tode in Leid und Qual, in peinvollen Zustand in die Hölle gekommen. Jene Wesen aber, die Gutes getan haben in Werken, Worten und Gedanken, die richtige Ansichten hatten und demgemäß handelten, sind nach dem Tode in glücklichen Zustand in das Himmelreich gekommen. Dieses zweite Wissen erlangte ich in der mittleren Nachtwache. Dann richtete ich mein Denken auf die Erkenntnis von der Vernichtung der weltlichen Einflüsse und ich erkannte der Wahrheit gemäß, worin das Übel und die Einflüsse bestehen, was ihr Ursprung ist, wie sie beendet werden können und welches der Weg zu ihrem Ende ist. Während ich dies erkannte, wurde mein Geist frei von den Einflüssen des sinnlichen Begehrens, frei von der Lebensgier und von der Unwissenheit. Ich wurde mir bewusst, dass ich erlöst bin und ich erkannte, dass für mich der Lauf der Wiedergeburten beendet ist, dass ich das Ziel des Reinheitswandels erreicht und getan habe, was zu tun war und dass ich zur Welt nicht mehr zurückkehren werde. Dieses dritte Wissen erlangte ich in der letzten Nachtwache. Der Entschluss zur Verkündigung Nun dachte ich, erkannt habe ich diese tiefe Wahrheit, die schwer einzusehen, schwer zu verstehen ist, die Friedreiche, die Erhabene, die alles Denken übersteigt, die Geheimnisvolle, die allein der Weise fassen kann. In irdischem Treiben bewegt sich die Menschheit, an irdischem Treiben erfreut sie sich und findet sie ihre Lust. Ihr wird deshalb dies schwer verständlich sein, das Gesetz von Ursache und Wirkung, die Bedingtheit alles Entstehens. Und auch dies wird ihr schwer verständlich sein, das Zur-Ruhe-Kommen aller Lebensvorgänge, das Ablassen von allem Irdischen, die Vernichtung des Durstes, das Aufhören des Verlangens, das Ende, das Nirvana. Wenn ich nun die Lehre verkündigte und man mich nicht verstände, hätte ich nur Mühe und Verdruss davon. Und so neigte sich mein Geist dazu, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu verkündigen. Da erkannte Brahma Sampati meine Gedanken und sprach zu sich selbst, zugrunde gehen, ach, wird die Welt, wenn sich der Geist des Vollendeten, des Heiligen, völlig erwarten dazu neigt, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu verkündigen. Und er verschwand so schnell, wie ein starker Mann seinen gekrümmten Arm ausstreckt oder seinen ausgestreckten Arm krümmt aus dem Brahma-Himmel und erschien vor mir, entblößte seine eine Schulter vom Mantel, kniete nieder, erhob seine zusammengelegten Hände zu mir und sprach, Erhabener, Pfadvollender, verkündige die Lehre. Es gibt Wesen, die nur wenig von irdischem Trachten erfüllt sind, und wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie zugrunde. Sie werden die Lehre verstehen. Als ich die Bitte Brahmas vernommen hatte, betrachtete ich aus Mitleid mit den Wesen, mit dem Blick eines Erwachten die Welt und ich sah Wesen, die nur wenig von irdischem Trachten erfüllt sind, und andere, die mächtig davon erfüllt sind, scharfsinnige und stumpfsinnige, schöne und unschöne, Verständige und Törichte und solche, die in Scheu vor Übeltat und vor der anderen Welt leben. Gleich wie in einem Lotusteich einige Lotusblumen in der Tiefe des Wassers leben, andere bis zum Wasserspiegel dringen und wieder andere aus dem Wasser emporragen und vom Wasser unbenetzt dastehen. Und ich sprach zu Brahma Sampati diesen Versspruch. Geöffnet sei das Tor der Ewigkeit. Wer Ohren hat, vertraue meinem Worte. Ich führte, um zu meiden, Zank und Streit, noch nicht die Menschen zu der Wahrheit Pforte. Da sah Brahma Sampati, dass ich ihm seine Bitte gewährte und die Lehre verkündigen würde, und er verneigte sich vor mir, umschritt mich ehrerbietig und verschwand. Die vier edlen Wahrheiten Einst weilte der Erhabene im Gazellenhain am Isipatna bei Benares. Dort sprach er zu den Fünf Big Shoes. Wer nach dem Heil strebt, sollte folgende zwei Übertreibungen nicht verfolgen. Die eine ist die auf Glück erpichte Hingabe an die sinnlichen Begierden. Sie ist niedrig, gemein, weltlich, unedel, zwecklos. Die andere ist die Hingabe an Selbstquälerei. Sie ist leidvoll, unedel, zwecklos. Diese beiden Übertreibungen hat der Vollendete vermieden, und er hat den mittleren Pfad vollständig verstanden, der Sehendmacht, der Erkenntnis verleiht, der zur Ruhe, zur höheren Weisheit, zum Erwachen, zum Nirwana führt. Der mittlere Pfad ist dieser edle, achtfache Weg. Rechte Einsicht, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, rechte Lebensführung, rechter Kampf, rechte Andacht, rechte Geistessammlung. Dies ist die edle Wahrheit vom Übel. Es ist der Durst, der Wiedergeburt erzeugt, von Wohlgefallen und Lust begleitet ist und bald hier, bald dort sich ergötzt, nämlich der Durst nach sinnlicher Lust, der Durst nach Leben, der Durst nach Selbstabtötung. Dies ist die edle Wahrheit vom Ende des Übels. Es ist dieses Durstes völliges Aufgeben, vernichten, verwerfen, ablegen, vertreiben. Dies ist die edle Wahrheit von dem zum Ende des Übels führenden Pfade. Es ist der edle, achtfache Weg. Diese Lehren gehören nicht zu den Überlieferten, sondern ich bin es, der zuerst vollkommen klar erkannt hat, worin das Übel besteht und wie notwendig es ist, das Wesen des Übels zu erkennen. Und ich bin mir klar bewusst, dass ich es richtig erkannt habe. Ebenso habe ich den Ursprung des Übels, das Ende des Übels und den zum Ende des Übels führenden Pfad als erster vollkommen klar erkannt. Solange ich nicht die wahrheitsgemäße, anschauliche Erkenntnis dieser vier edlen Wahrheiten ganz rein gewonnen hatte, solange war ich mir auch nicht klar darüber, ob ich in aller Welt das höchste, vollkommene Erwachen erlangt hätte. Da ich aber diese Erkenntnis nun gewonnen habe, bin ich mir auch klar darüber, dass ich in aller Welt das höchste, vollkommene Erwachen, Erlangt habe. Und mir ist die anschauliche Erkenntnis aufgegangen, die Erlösung meines Gemüts ist unerschütterlich. Dies ist mein letztes Leben. Es gibt für mich keine Wiedergeburt mehr. So sprach der Erhabene. Mit Freude und Wohlgefallen nahmen die fünf Big Shoes seine Rede auf. Und während dieser Rede ging einem der Big Shoes, dem ehrwürdigen Kondantja, das von Leidenschaft und Unreinheit, freie Verständnis der Lehre auf. Und er sah ein, dass alles, was entsteht, wieder vergehen muss. Das wahre Feuer. Mit den tausend Big Shoes, die vormals Flechtenträger und Priester des Feuergottes Akni gewesen waren, wanderte der Erhabene nach dem Gatchazisa-Berg bei Gatcha. Dort nahm er Aufenthalt und sprach zu den Big Shoes. Alles brennt. Und dies ist so zu verstehen. Das Auge brennt und die sichtbaren Dinge brennen. Das Sehbewusstsein, die Sehberührung und das durch die Sehberührung bedingte Gefühl, sei es ein Lustgefühl oder ein Unlustgefühl oder ein gleichgültiges Gefühl, auch dieses brennt. Es brennt durch das Feuer der Begierde, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Verblendung. Es brennt durch Geburt, Altern und Sterben, durch Kummer, Jammer und Schmerz, durch Gram und Verzweiflung. Ebenso brennen die anderen Sinne. Wenn ein wissender, edler Jünger dies durchschaut, wendet er sich ab von dem, was die Sinne bieten, gibt er das Verlangen nach den Genüssen der Sinne auf, macht er sich frei davon. Und wenn er frei geworden ist, gelangt er zu der Erkenntnis, ich bin erlöst. Und er weiß, der Lauf der Wiedergeburten ist für mich beendet. Das Ziel des heiligen Wandels ist erreicht. Getan ist, was zu tun war. Für mich gibt es keine Wiederkehr zur Welt. Besonnenheit und Wissensklarheit Besonnen und wissensklar soll ein Bikshu sein. Besonnen ist er, wenn er eifrig und mit klarem Geist ohne Wünsche und Sorgen nachsinnt über den Körper, über die Gefühle, über die Gedanken und über die Gegenstände der Leere. Wissensklar soll man bei jeder Handlung sein. Wissensklar, wenn man fortgeht oder zurückkommt. Wissensklar, wenn man hinblickt oder wegblickt. Wissensklar, wenn man ein Glied beugt oder streckt. Wissensklar, wenn man sein Untergewand und seinen Mantel anlegt und seine Schale trägt. Wissensklar, wenn man isst, trinkt, kaut oder kostet. Wenn man seine Notdurft verrichtet. Wenn man geht, steht oder sitzt. Wissensklar, wenn man einschläft oder aufwacht. Wissensklar, wenn man spricht oder schweigt. Nicht glauben, selbst urteilen. Richtet euch nicht nach Hörensagen, nicht nach einer Überlieferung, nicht nach einer bloßen Behauptung, nicht nach dem Wort heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Deduktionen, nicht nach äußeren Erwägungen, nicht nach der Übereinstimmung mit euren Ansichten und Grübeleien, nicht nach dem Scheine der Wirklichkeit. Denkt nicht, der Asket ist unser Lehrer, darum wollen wir ihm glauben, sondern, wenn ihr, Kalamäer, selbst erkennt, dass diese oder jene Dinge schlecht und verwerflich sind, von Verständigen getadelt und ausgeführt oder begonnen zum Unheil und Leiden führen, so sollt ihr sie verwerfen. Der rechte Wandel Dreifach ist der ordentliche rechte Wandel in Werken, vierfach in Worten, dreifach in Gedanken. Dies ist der dreifache rechte Wandel in Werken. Man zerstört kein Leben, man hat Stock und Schwert beiseite gelegt und lebt zart fühlend, erbarmungsreich, freundlich und gütig gegenüber allen lebenden Wesen. Man nimmt nicht, was einem nicht gegeben ward. Was einem anderen im Dorf und im Wald gehört, danach trachtet man nicht in diebischer Absicht und nimmt es nicht ungegeben. Man meidet schlechten Wandel in sinnlichen Lüsten. Mit Mädchen, die unter dem Schutze der Eltern ihrer Geschwister oder anderer Verwandten stehen, mit verheirateten Frauen, mit Dienerinnen und auch mit geschmückten Dirnen pflegt man keinen Geschlechtsverkehr. Dies ist der vierfache rechte Wandel in Worten. Man meidet die Lüge. Vor Gericht oder in einer Gesellschaft oder unter Verwandten oder in einer Versammlung oder als Zeuge vor Behörden antwortet man auf Fragen, wenn man es nicht weiß, ich weiß es nicht. Oder wenn man es weiß, ich weiß es. Oder wenn man es nicht gesehen hat, ich habe es nicht gesehen. Oder wenn man es gesehen hat, ich habe es gesehen. So spricht man bewusst keine Lüge, sei es um seiner Selbstwillen, sei es um eines anderen Willen, sei es um irgendeines nichtigen Vorteils Willen. Man meidet üble Nachrede. Was man hier gehört hat, erzählt man dort nicht weiter, um diese zu entzweien. Was man dort gehört hat, erzählt man hier nicht weiter, um jene zu entzweien. Vielmehr einigt man die Entzweiten, festigt die Verbundenen, spricht eintrachtfördernde Worte. Man meidet rohe Rede. Man spricht nur untadelhafte Worte, die dem Ohre Wohltun, liebenswürdige, zu Herzen gehende, Gesittete, die jedermann erfreuen. Man meidet unnützes Plappern. Man spricht zur rechten Zeit, den Tatsachen gemäß, dem Zweck entsprechend, spricht über die Lehre und über die Satzung. Die Worte, die man spricht, sind wert, behalten zu werden. Sie sind, wo es darauf ankommt, bilderreich, fein unterscheidend, sinngemäß. Dies ist der dreifache rechte Wandel in Gedanken. Man begehrt nicht, was ein anderer an Besitz und Eigentum hat. Man ist frei von Übelwollen, sind im Herzen nichts Böses, sondern denkt, mögen sich diese Wesen frei halten von Hass und Übel wollen, mögen sie leidlos und glücklich leben. Man hat rechte Einsicht, indem man einsieht, dass es richtig ist, zu schenken, zu spenden und zu opfern. Dass gute und böse Taten Frucht tragen und Vergeltung finden. Dass es außer dieser noch eine andere Welt gibt. Dass Mutter und Vater zu achten sind, dass geistige Wesen existieren und dass es in der Welt vollkommen rechtlebende Weise gibt, die diese und jene Welt aufgrund eigenen Wissens erklären können. Infolge rechten Wandels gelangen manche Wesen nach dem Tode in das Himmelreich. Tugenden und Laster Nichts kenne ich, was in dem Maße Schlechtes erzeugt und Gutes zum Schwinden bringt, wie Leichtsinn. Wer leichtsinnig ist, in dem entsteht Schlechtes und das Gute schwindet. Nichts kenne ich, was in dem Maße Gutes erzeugt und Schlechtes zum Schwinden bringt, wie Gewissenhaftigkeit. Wer gewissenhaft ist, in dem entsteht Gutes und das Schlechte schwindet. Nichts kenne ich, was in dem Maße Schlechtes erzeugt und Gutes zum Schwinden bringt, wie Trägheit, Unmäßigkeit, Unzufriedenheit, Unweises Grübeln, Verworrenheit, Freundschaft mit Bösen, Neigung zum Bösen und Abneigung. Gegen das Gute. Nichts kenne ich, was in dem Maße Gutes erzeugt und Schlechtes zum Schwinden bringt, wie Tatkraft, Genügsamkeit, Zufriedenheit, Weises Erwägen, klares Bewusstsein, edle Freundschaft, Neigung zum Guten und Abneigung gegen das Böse. Die herzerlösende Güte, so sprach der Erhabene, der Heilige, so habe ich es gehört. Alles, meine Big Shoes, was wir hier tun können, um unser künftiges Los zu bessern, verschwindet an Wert neben der Güte, der herzerlösenden. Die herzerlösende Güte nimmt alles andere in sich auf und leuchtet und glänzt und strahlt. Gleich wie aller Sternenschein verschwindet neben dem Schein des Mondes, der jenen in sich aufnimmt und leuchtet und glänzt und strahlt. Wie im letzten Monat der Regenzeit, im Herbst, die Sonne am reinen, wolkenlosen Himmel, wenn sie emporsteigt, alles den Luftraum erfüllende Dunkel verscheucht und leuchtet und glänzt und strahlt, ebenso verschwindet alles, was wir hier tun können, um unser künftiges Los zu bessern an Wert neben der herzerlösenden Güte. Wie des Nachts, zur Zeit der ersten Dämmerung, der Morgenstern leuchtet und glänzt und strahlt, so verschwindet alles, was wir hier tun können, um unser künftiges Los zu bessern an Wert neben der herzerlösenden Güte. Die herzerlösende Güte nimmt alles andere in sich auf und leuchtet und glänzt und strahlt. Die Motive der Taten Drei Motive gibt es, aus denen Taten entstehen. Begierde, Hass und Verblendung. Eine Tat, die aus Begierde, aus Hass oder aus Verblendung entsprungen ist, wird zur Reife gelangen, wo der Täter auch immer sein mag. Und wo sie reift, dort wird ihm die Frucht jener Tat zuteil, sei es in diesem oder in einem anderen Leben. Gleich wie Unversehrte, Unverdorbene, nicht durch Wind oder Sonnenglut beschädigte, gesunde Samenkörner auf fruchtbaren, wohlbearbeiteten Acker gesät, bei rechtzeitigem Regen aufgehen, wachsen und sich entfalten. Drei andere Motive gibt es, aus denen Taten entstehen. Genügsamkeit, Versöhnlichkeit und Geistesklarheit. Eine Tat, die aus Genügsamkeit, aus Versöhnlichkeit oder aus Geistesklarheit entsprungen ist, diese ist, da ja Begierde, Hass und Verblendung geschwunden sind, entwurzelt. Gleich einer Fächerpalme, dem Boden entrissen, vernichtet und nicht mehr fähig, wieder ins Dasein zu treten. Gleich wie Samenkörner, die zu Asche verbrannt und in alle Winde zerstreut oder von reißender Flussströmung fortgespült sind, von Grund aus zerstört, gleich einer Fächerpalme, dem Boden entrissen und nicht mehr fähig sind, wieder ins Dasein zu treten. Der Achtfache Weg In Swati sprach der Erhabene, Meine Bikshus, ich will euch den edlen Achtfachen Weg zeigen und im Einzelnen darlegen. Hört wohl zu und merket es euch. Dies ist der edle Achtfache Weg. Rechte Einsicht, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, Rechte Lebensführung, rechter Kampf, rechter Andacht, rechte Geistessammlung. Rechte Einsicht bedeutet, die vier edlen Wahrheiten verstehen, das Übel, den Ursprung des Übels, das Ende des Übels und den zum Ende des Übels führenden Pfad. Rechte Gesinnung bedeutet, der Welt innerlich entsagen, kein Übelwollen hegen, kein Leid verursachen wollen. Rechtes Reden bedeutet, nicht lügen, keine üble Nachrede führen, keine rohen Worte gebrauchen und nicht unnütz schwatzen. Rechtes Tun bedeutet, kein Leben zerstören, nichts nehmen, was nicht freiwillig gegeben wird, keinen unkeuschen Lebenswandel führen. Rechte Lebensführung bedeutet, falsche Lebensführung meiden. Falsche Lebensführung ist Unaufrichtigkeit, Verrat, Verdächtigung, Aushorchen, Wucher. Ferner handeln mit Waffen, mit lebenden Wesen, mit Fleisch, mit berauschenden Getränken und mit Gift. Rechter Kampf bedeutet, mit aller Kraft ringen und seinen Geist antreiben, um in sich den Willen zu erzeugen, keine bösen, unheilsamen Gedanken aufkommen zu lassen, vorhandene, böse, unheilsame Gedanken zu vertreiben, rechte Gedanken zu erwecken und, wenn sie da sind, festzuhalten. Rechter Andacht bedeutet, eifrig, mit klarem Geist, besonnen, alle Wünsche und Sorgen vergessend, über den Körper, über die Gedanken, über die Gefühle und über die Gegenstände der Lehre nachsinnen. Rechte Geistessammlung bedeutet, die erste, die zweite, die dritte und die vierte Stufe der Versenkung üben. Die Geistessammlung Ausgerüstet mit diesen Eigenschaften eines Edlen, dem Schatz der Sittlichkeit, der Beherrschung der Sinne, der Besonnenheit und Wissensklarheit und der Zufriedenheit, zieht sich ein Big Shu auf einen einsamen Aufenthaltsplatz zurück, in eine menschenleere Gegend, unter einen Baum, auf einen Berg, in eine Schlucht, in eine Felshöhle, auf einen toten Acker, in eine bewaldete Hochebene, unter freien Himmel oder auf einen Strohhaufen. Dort setzt er sich, wenn er vom Speisesammeln zurückgekehrt ist, nach der Mahlzeit mit gekreuzten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet und übt sich mit ernster Miene in besonnenem Denken. Er legt weltliches Begehren ab, bleibt frei davon und läutert seinen Geist von weltlichem Begehren. Er legt Übelwollen und Schadenfreude ab und bleibt frei davon. Nur bedacht auf aller Wesen Wohlsein läutert er seinen Geist von Übelwollen und Schadenfreude. Er legt Trägheit und Schlaffheit ab und bleibt frei davon. Klaren Geistes, besonnen und wissensklar, läutert er seinen Geist von Trägheit und Schlaffheit. Er legt ruheloses Grübeln ab und bleibt frei davon. Innerlich, voller Gemütsruhe, läutert er seinen Geist von ruhelosem Grübeln. Er legt Zweifelsucht ab und bleibt frei davon. Ohne noch fragen zu müssen, was gut und böse sei, läutert er seinen Geist von Zweifelsucht. Die Stufen der Versenkung Der Bikshu löst sich ab von dem Verlangen nach Sinnesgenüssen und von unheilsamen Regungen und erreicht die mit Nachdenken und Überlegen verbundene, aus der Ablösung entstandene, von Freude und Wohlbehagen erfüllte erste Stufe der Versenkung und bleibt darin. Dann bringt er das Nachdenken und Überlegen zur Ruhe. In seinem Innern wird es still, sein Geist ist auf einen einzigen Gegenstand gerichtet und so erreicht er die, aus der Geistessammlung entstandene, von Nachdenken und Überlegen freie, von Freude und Wohlbehagen erfüllte zweite Stufe der Versenkung und bleibt darin. Wenn dann die freudige Erregung abgeklungen ist, bleibt er gleichmütig, andächtig und wissensklar und empfindet körperlich ein Wohlbehagen, von dem die Edlen sagen, bei Gleichmut und Andacht fühlt man sich beglückt. So erreicht er die dritte Stufe der Versenkung und bleibt darin. Dann geht er über Wohlbehagen und Missbehagen hinweg, auch die Erinnerung an frühere, frohe und trübe Stimmungen schwindet dahin, und er erreicht die über Wohlbehagen und Missbehagen erhabene vierte Stufe der Versenkung, bei der Gleichmut und Andacht in höchster Reinheit bestehen und bleibt darin. Müßige Fragen Als der Erhabene einst im Bikshu-Heim bei Swati weilte, trat der ehrwürdige Malung Chaputta zu ihm und sprach, »Herr, als ich hier meditierte, kam mir der Gedanke, über Ewigkeit und Vergänglichkeit, Endlichkeit und Unendlichkeit der Welt, über das Verhältnis von Seele und Leib und über das Schicksal eines Vollendeten nach dem Tode hat der Erhabene nichts erklärt. Das gefällt mir nicht. Ich will ihn deshalb darüber befragen und wenn er mir Auskunft gibt, bleibe ich bei ihm, sonst kehre ich zum Weltleben zurück. Wenn er diese Fragen zu beantworten weiß, möge er seine Antwort sagen. Wenn nicht, möge er eingestehen, dass er nichts darüber weiß. Malung Chaputta, habe ich dir etwa versprochen, diese Fragen zu beantworten? Das allerdings nicht, Herr. Oder hast du mir dies als Bedingung gestellt, als du zu mir kamst? Das auch nicht, Herr. Über wen beklagst du dich also, du Tor? Wer mit dem Reinheitswandel warten wollte, bis ihm über alle jene Fragen Auskunft gegeben wäre, der würde vorher sterben, genauso wie ein Mann, der durch einen vergifteten Pfeil getroffen wurde und als seine Freunde und Verwandten einen erfahrenen Arzt herbeiriefen, sprach, ich lasse mir den Pfeil nicht eher herausziehen, als ich weiß, ob der Schütze, der mich getroffen hat, ein Brahmane oder ein Adliger oder ein Bürger oder ein Knecht ist, nicht eher, als ich weiß, welcher Familie er angehört, ob er groß, klein oder mittelgroß ist, ob er schwarze oder braune oder helle Hautfarbe hat, in welchem Dorf oder in welcher Stadt er wohnt, nicht eher, als ich weiß, welcher Art der Bogen, die Sehne, der Schaft, die Federn und die Spitze des Pfeils sind, durch den ich getroffen wurde. Dieser Mann würde sterben, bevor er dies alles erfahren hätte. Auf die Ansicht, dass die Welt ewig sei, lässt sich ein Reinheitswandel nicht gründen, auch nicht auf die gegenteilige Ansicht, ebenso wenig auf die anderen von dir genannten Ansichten. Mag das eine oder das andere auch zutreffen, auf jeden Fall gibt es Geburt, Altern und Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung in der Welt und ich lehre, wie man deren Ende noch in diesem Leben erreichen kann. Darum nehmt das, was ich nicht erklärt habe, als nicht erklärt hin und haltet euch an das, was ich erklärt habe. Jenes habe ich nicht erklärt, weil es nicht zweckdienlich ist, weil es nicht einen vollkommenen Reinheitswandel begründet, weil es nicht zur Entsagung, nicht zur Leidenschaftslosigkeit, nicht zum Ende des Übels, nicht zur Beruhigung, nicht zu höherer Weisheit, nicht zum Erwachen, nicht zum Nirvana führt. Erklärt aber habe ich, was Übel ist, wie es entsteht, wie es beendet wird und auf welchem Weg man das Ende des Übels erreicht. Und zwar deshalb, weil dies zweckdienlich ist, weil es einen vollkommenen Reinheitswandel begründet, weil es zur Entsagung, zur Leidenschaftslosigkeit, zum Ende, zur Beruhigung, zur höheren Weisheit, zum Erwachen, zum Nirvana führt. Die Bedingtheit alles Entstehens Als der Erhabene eben voll erwacht war, saß er unter dem Bodybaum, dem Baum des Erwachens, bei Uruvela, am Ufer des Flusses Neranschara und genoss sieben Tage lang die Seligkeit der Erlösung. Nach Ablauf dieser sieben Tage erhob er sich aus seiner Meditation und betrachtete während der drei Teile der Nacht die Bedingtheit alles Entstehens. Zuerst vorwärts, dann rückwärts und schließlich in beiden Richtungen, und zwar so. Wenn dieses ist, ist jenes. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. Wenn dieses nicht ist, ist jenes nicht. Wenn dieses verschwindet, verschwindet jenes. Das will sagen, nur wenn Unwissenheit da ist, können Shankara entstehen. Shankara sind die Vorgänge im Unterbewusstsein, durch welche die Vorstellungen von der Außenwelt gebildet werden, bevor sie im Bewusstsein erscheinen. Nur wenn Shankara da sind, kann Bewusstsein entstehen. Nur wenn Bewusstsein da ist, kann es einen lebendigen Organismus geben. Nur wenn ein lebendiger Organismus da ist, kann es sechsfache Sinnesempfänglichkeit geben. Nur wenn Sinnesempfänglichkeit da ist, können Sinneseindrücke entstehen. Nur wenn Sinneseindrücke da sind, kann Empfindung entstehen. Nur wenn Empfindung da ist, kann Durst oder Lebenstrieb entstehen. Nur wenn Durst da ist, kann Ergreifen und Anhaften entstehen. Nur wenn Ergreifen und Anhaften da ist, kann Leben entstehen. Nur wenn Leben da ist, kann Geburt stattfinden. Nur wenn Geburt stattgefunden hat, kommt es zu Altern und Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung. So kommt diese ganze Masse des Übels zustande. Wenn aber Unwissenheit restlos vernichtet wird, gibt es keine Shankara. Wenn Shankara restlos vernichtet sind, gibt es kein Bewusstsein. Wenn Bewusstsein restlos vernichtet ist, gibt es keinen lebendigen Organismus. Wenn der lebendige Organismus restlos vernichtet ist, gibt es keine Sinnesempfänglichkeit. Wenn Sinnesempfänglichkeit restlos vernichtet ist, gibt es keinen Sinneseindruck. Wenn kein Sinneseindruck da ist, gibt es keine Empfindung. Wenn keine Empfindung da ist, gibt es keinen Durst. Wenn kein Durst da ist, gibt es kein Ergreifen und Anhaften. Wenn kein Ergreifen und Anhaften da ist, gibt es kein Leben. Wenn kein Leben da ist, gibt es keine Geburt. Wenn keine Geburt stattgefunden hat, gibt es kein Altern und Sterben, keinen Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und keine Verzweiflung. So verschwindet diese ganze Masse des Übels. Die Welt als Vorstellung Der Erhabene hatte von der Mannigfaltigkeit der Weltwahrnehmung gesprochen und sich dann zurückgezogen. Die Bikshus baten darauf, den ehrwürdigen Mahakachana ihnen diesen Ausdruck zu erklären und Mahakachana sprach. Wenn ein Auge da ist und sichtbare Dinge da sind, entsteht Sehbewusstsein. Wenn diese drei, Auge, sichtbare Dinge und Sehbewusstsein zusammentreffen, gibt es Berührung. Wenn Berührung da ist, gibt es Empfindung. Was man empfindet, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, davon bildet man Begriffe. Wovon man Begriffe bildet, das breitet man aus als Außenwelt. Was man ausbreitet als Außenwelt, das tritt demgemäß an den Menschen heran, als Mannigfaltigkeit der Weltwahrnehmung, soweit Sehbewusstsein und sichtbare Dinge in Betracht kommen. Wenn ein Ohr, eine Nase, eine Zunge, ein Leib als Tastorgan, ein Denkorgan da ist und Töne, Düfte, Säfte, tastbare Dinge, Vorstellungen da sind, entsteht Hör, Riech, Schmeck, Tast, Denkbewusstsein. Wenn diese drei, Sinnesorgan, Gegenstand und Sinnesbewusstsein zusammentreffen, gibt es Berührung. Wenn Berührung da ist, gibt es Empfindung. Was man empfindet, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, davon bildet man Begriffe. Wovon man Begriffe bildet, das breitet man aus als Außenwelt. Was man ausbreitet als Außenwelt, das tritt demgemäß an den Menschen heran, als Mannigfaltigkeit der Weltwahrnehmung, soweit Hör, Riech, Schmeck, Tast, Denkbewusstsein und die entsprechenden Gegenstände in Betracht kommen. Die Bikshus berichteten dem Erhabenen, was ihnen Mahakachana vorgetragen hatte, und der Erhabene sprach. Ein Wissender ist Mahakachana, er ist Hochweise. Wenn ihr mich gefragt hättet, so würde ich euch die Sache genau ebenso erklärt haben, wie Mahakachana sie erklärt hat. Ein Bikshu fragte den Erhabenen, von wem wird die Welt gelenkt? Woran ist die Welt gebunden? Wessen Macht ist die Welt unterworfen? Der Erhabene antwortete, vom Bewusstsein wird die Welt gelenkt, an das Bewusstsein ist die Welt gebunden, der Macht des Bewusstseins ist die Welt unterworfen. Der Erhabene sprach. Ohne das Ende der Welt erreicht zu haben, ist es nicht möglich, sage ich, dem Leiden ein Ende zu machen. Ich verkünde aber, dass in diesem klaftergroßen Leib mit seinem Wahrnehmen und Denken die Welt liegt und die Entstehung der Welt und das Ende der Welt und der Pfad, der zum Ende der Welt führt. Der Geist und die Dinge Die drei Merkmale Ob Vollendete in der Welt erscheinen oder nicht, eines steht fest als notwendige Bedingung des Daseins, dass alle Gebilde unbeständig, unbefriedigend und nicht das Ich sind. Dies erkennt und durchschaut ein Vollendeter. Und hat er es erkannt und durchschaut, so lehrt er es, zeigt es, macht es klar, verkündet es, enthüllt es, erklärt es im Einzelnen und macht es offenbar. Kein Ding bleibt immer gleich Kein Ding bleibt immer gleich Wer das verstanden hat, kehrt sich vom Leiden ab Dies ist der Reinheitspfad Kein Ding befriedigt ganz Wer das verstanden hat, kehrt sich vom Leiden ab Dies ist der Reinheitspfad Kein Ding ist hier mein Ich Wer das verstanden hat, kehrt sich vom Leiden ab Dies ist der Reinheitspfad Der Geist ist nicht das Ich Bei Swati sprach der Erhabene Meine Big Shoes Auch ein unwissender Weltling mag dieses materiellen Körpers überdrüssig werden und kann sich von der Anhänglichkeit an ihn freimachen Denn bei diesem materiellen Körper ist das Wachsen und Vergehen offenkundig und man sieht leicht ein, wie er aufgenommen und abgelegt wird Dagegen ist ein unwissender Weltling nicht imstande, dessen überdrüssig zu werden, was man Denken oder Geist oder Bewusstsein nennt Und er kann sich von der Anhänglichkeit daran nicht freimachen Denn seit langen Zeiten hat ein unwissender Weltling die Vorstellung gehegt und gepflegt, dass dies sein Eigen sei, dass er selbst dies sei, dass dies sein Ich sei Es wäre aber besser, ein unwissender Weltling betrachtete den materiellen Körper als sein Ich, als dass er seinen Geist als sein Ich betrachtet Denn der materielle Körper besteht offenkundig immerhin eine Reihe von Jahren unter Umständen hundert Jahre oder länger Aber das, was man Denken oder Geist oder Bewusstsein nennt, entsteht Tag und Nacht als dieses und vergeht als ein anderes Darum vergegenwärtigt sich ein wohlunterrichteter edler Jüngling gut und gründlich die Lehre von der Bedingtheit alles Entstehens nach der Formel Wenn dieses ist, ist jenes Wenn dieses entsteht, entsteht jenes Wenn dieses nicht ist, ist jenes nicht Wenn dieses aufhört, hört jenes auf So nämlich Ein Lustgefühl entsteht, wenn eine lusterzeugende Berührung stattfindet Hört die Berührung auf, so hört auch das durch sie bedingte Lustgefühl auf Ein Unlustgefühl entsteht, wenn eine unlusterzeugende Berührung stattfindet Hört die Berührung auf, so hört auch das durch sie bedingte Unlustgefühl auf Ein gleichgültiges Gefühl entsteht, wenn eine ein solches Gefühl erzeugende Berührung stattfindet Hört die Berührung auf, so hört auch das durch sie bedingte gleichgültige Gefühl auf Es ist gerade so, wie durch das Reiben zweier Holzstücke Wärme entsteht und Feuer erscheint. Wenn aber die beiden Holzstücke voneinander getrennt werden, hört jene Wärme auf und gelangt zur Ruhe. Weder Sein noch Nichtsein. Zwei Dingen ist diese Welt im Allgemeinen ergeben, dem Sein und dem Nichtsein. Für den aber, der in der Welt das Entstehen der Wahrheit gemäß in rechter Weisheit betrachtet, gibt es kein Nichtsein in der Welt. Und für den, der in der Welt das Vergehen der Wahrheit gemäß in rechter Weisheit betrachtet, gibt es kein Sein in der Welt. Diese Welt ist alles in allem nur eine Kette von Begehren, Ergreifen, Haften. Darum ergibt sich, wer dies erkennt, nicht dem Begehren und Haften, der Neigung des Geistes zum Zugreifen und Festhalten. Er haftet nicht an der Welt und hält nicht an ihr fest, denn er weiß, dass ein Ich bei ihm nicht zu finden ist. Dass alles, was entsteht und alles, was vergeht, unbefriedigend ist, bezweifelt er in keiner Weise. Zu dieser Erkenntnis gelangt er ohne fremde Hilfe. Dann hat er rechte Einsicht. Zu sagen, dass alles ist, ist die eine Übertreibung. Zu sagen, dass alles nicht ist, ist die andere Übertreibung. Diese beiden Übertreibungen vermeidet ein Vollendeter und verkündet die mittlere Lehre. Wenn Unwissenheit da ist, gibt es Shankara. Wenn Shankara da sind, gibt es Bewusstsein und so weiter. So entsteht diese ganze Masse des Leidens. Wenn aber die Unwissenheit restlos und spurlos beseitigt ist, so gibt es keine Shankara. Wenn keine Shankara da sind, gibt es kein Bewusstsein und so weiter. So vergeht diese ganze Masse des Leidens. Im Gazellenhain am Isipatna bei Benares ging eines Abends Sariputta, nachdem er sich aus seiner Meditation erhoben hatte, zu Maha Kassapa, setzte sich zu ihm und sprach. Lieber Kassapa, wie steht es damit? Ist ein Vollendeter nach dem Tode? Darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Ist ein Vollendeter nach dem Tode nicht mehr? Auch darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Oder trifft beides zugleich zu, dass ein Vollendeter nach dem Tode ist und auch nicht mehr ist? Auch darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Oder trifft keines von beiden zu, weder, dass er nach dem Tode ist, noch, dass er nach dem Tode nicht mehr ist? Auch darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Warum hat er wohl darüber nichts gesagt? Weil das nicht zweckdienlich ist. Weil es nicht einen Reinheitswandel begründet, weil es nicht zur Entsagung, zur Befreiung von Leidenschaften, nicht zum Aufhören des Durstes, nicht zur Beruhigung, nicht zur höheren Weisheit, nicht zum Erwachen, nicht zum Nirwana führt. Was aber hat der Erhabene gelehrt? Gelehrt hat er die Wahrheit vom Übel, vom Ursprung des Übels, vom Ende des Übels und von dem Weg, der zum Ende des Übels führt. Denn dies ist zweckdienlich. Es führt zur Entsagung, zur Befreiung von Leidenschaften, zum Aufhören des Durstes, zur Beruhigung, zu höherer Weisheit, zum Erwachen, zum Nirwana. Das Nirwana Einst weilte der ehrwürdige Sariputta in Nalaka Gamaka, im Lande Magda. Da kam der Wanderer-Eskate Jambu Kadaka zu ihm, setzte sich und sprach. Lieber Sariputta, man spricht zu viel vom Nirwana, was ist das eigentlich? Der Zustand, in dem man sich befindet, wenn Begierde, Hass und Verblendung verschwunden sind, heißt Nirwana. Gibt es einen Weg oder Pfad, auf den man zu diesem Nirwana gelangen kann? Ja, den gibt es. Und worin besteht er? Es ist dieser edle, achtfache Weg, der da besteht in rechter Einsicht, rechter Gesinnung, rechtem Reden, rechtem Tun, rechter Lebensführung, rechtem Kampf, rechter Andacht und rechter Geistessammlung. Das Nichtgeborene Es gibt, meine Bikshus, ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, Nichtgeschaffenes, Nichtaufgebautes. Wenn es dieses Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute nicht gäbe, dann wäre ein Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten nicht zu erkennen. Da es aber das Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute gibt, Darum ist ein Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten zu erkennen. Das Ende des Leidens Wer an etwas hangt, hat Unruhe. Wer an nichts hangt, hat keine Unruhe. Wo keine Unruhe ist, da ist Ruhe. Wo Ruhe ist, da ist keine sinnliche Lust. Wo keine sinnliche Lust ist, da gibt es kein Kommen und Gehen. Wo kein Kommen und Gehen ist, da gibt es kein Entstehen und Vergehen. Wo es kein Entstehen und Vergehen gibt, da ist weder diese, noch jene Welt, noch was zwischen beiden liegt. Dies ist das Ende des Leidens. Am Ziel Wie die von Windes Macht verwehte Flamme verschwindet und kein Wort sie nennen mag, so schwindet hin ein Weiser, der befreit von Leib und Leben und kein Wort mehr nennt ihn. Den Heimgegangenen misst kein Maß, es fehlt das Wort, womit man ihn bezeichnen könnte. Wo alle Dinge gänzlich sind vergangen, ist jeder Pfad der Rede uns versagt. Bedingungen für das Gedeihen der Gemeinde Der Erhabene ließ durcheinander die bei Rakschagar wohnenden Bikshus zu einer Versammlung in der Empfangshalle zusammenrufen und belehrte sie über die Regeln, durch die sie sich vor Verfall schützen können. Versammelt euch oft und in großer Zahl. Versammelt euch in Eintracht und geht in Eintracht wieder auseinander. Erlediget in Eintracht die Angelegenheiten der Gemeinde. Ordnet nichts Ungesetzliches an und stoßet nichts Gesetzliches um, sondern haltet an den hergebrachten Lebensregeln fest. Achtet und ehret die älteren, erfahrenen, schon lange geweihten Bikshus, die Väter und Führer der Gemeinde und höret auf sie. Unterwerfet euch nicht dem zur Wiedergeburt führenden Durst, wenn er in euch erwacht. Suchet Lagerstätten in unbewohnter Gegend auf. Übet euch im richtigen Denken, an jeder für sich, so dass gute Menschen gern zu euch kommen, um mit euch ein Reinheitsleben zu führen und die bei euch Weilenden gern in eurer Gemeinschaft bleiben. Solange ihr diese Regeln haltet, ist anzunehmen, dass ihr vorwärtskommen werdet und keinen Verfall zu befürchten habt. Erfreuet euch nicht an selbstsüchtiger Tätigkeit. Erfreuet euch nicht an müßigem Gerede, nicht an Schläfrigkeit, nicht an Geselligkeit. Heget keine bösen Wünsche. Pfleget keine Freundschaft mit schlechten Menschen und keinen Umgang mit ihnen. Gebet nicht auf halbem Wege das Streben auf, wenn ihr eben erst ein mittelmäßiges Ergebnis erreicht habt. Seid vertrauensvoll, meidet sorgsam das Böse. Höret auf die Lehre, ringet mit Tatkraft, übet euch im richtigen Denken. Seid weise. Trachtet danach, die Vorstufen zum Erwachen zu entfalten. Besonnenheit, Ergründung der Lehre, Tatkraft, Begeisterung, Ruhe, Geistessammlung und Gleichmut. Erwecket in euch die Vorstellung der Vergänglichkeit, die Vorstellung, dass alles Erkennbare nicht euer Ich ist, die Vorstellung der Unschönheit und des Elends aller Dinge, die Vorstellung der Entsagung, der Begierdelosigkeit und der Aufhebung des Übels. Erweiset euren Mitbrüdern Liebe in Werken, Worten und Gedanken, offen und geheim. Teilet redlich mit ihnen, was sie an Spenden nach Recht und Ordnung empfangen habt, bis auf den Inhalt einer Schale und verzehret es gemeinsam mit euren sittlich gefestigten Mitbrüdern. Befolget im Verkehr mit euren Mitbrüdern offen und geheim die Sittlichkeitsregeln, die den Edlen lieb sind und von Weisen gebilligt werden, die freimachen und zur Geistessammlung führen, ohne sie abzuschwächen oder zu verletzen, ohne sie zu verändern oder zu verunstalten, ohne sie anzutasten. Lebet mit euren Mitbrüdern nach der edlen, heilbringenden Lehre, die den siebefolgenden zur vollkommenen Leidensvernichtung führt, wie offen, so geheim. Solange ihr alle diese Regeln haltet, ist anzunehmen, dass ihr vorwärtskommen werdet und keinen Verfall zu befürchten habt. Abschiedsrede Jetzt bin ich alt, dem Ende naht mein Leben. Ich lasse euch zurück und gehe nun zur Zuflucht hin, die ich mir selbst gegeben. Übt euch in rechter Andacht, rechtem Tun. Zu rechter Sammlung, Big Shoes, seid entschlossen und haltet euer Denken wohlbewacht. Wer, wie die Lehre vorschreibt, unverdrossen sein Leben führt, den Regeln folgt, der macht sich frei von der Geburtenwiederkehr. Für den, der so lebt, gibt's kein Leiden mehr. Ankündigung des Pari-Nirvana Dem ehrwürdigen Anander fiel auf, dass das glänzende, goldfarbige Gewand am Körper des Erhabenen aussah, als habe es seinen Glanz verloren, weil die Hautfarbe des Erhabenen es überstrahlte. Und er sprach seine Verwunderung darüber aus. Da erklärte ihm der Erhabene, dass die Hautfarbe eines Vollendeten zu zwei Zeitpunkten überaus hell und strahlend werde, nämlich in der Nacht, in der er zum höchsten, vollkommenen Erwanderung Wachen gelangt und in der Nacht, in der er dahinscheidet zum erdenrestfreien Nirwana-Zustand. Und er fügte hinzu, Ananda, heute Nacht, in der letzten Nachtwache wird im Upavatana bei Kushinara im Salawald der Maler zwischen zwei Zwillingssalabäumen der Vollendete zum ewigen Frieden, zum Pari-Nirvana eingehen. Buddhas letzte Worte. Dann sprach der Erhaben. Erhabene zueinander. Vielleicht kommt euch der Gedanke, dahin ist die Unterweisung des Meisters, wir haben keinen Meister mehr. So aber dürft ihr es nicht ansehen. Die Lehre und die Satzung, die ich euch gewiesen und angegeben habe, die sind euer Meister nach meinem Hinscheiden. Zu den Bikshus aber sprach der Erhabene, meine Bikshus, vielleicht hat einer von euch noch einen Zweifel oder ein Bedenken wegen des Buddhas, wegen der Lehre, wegen der Gemeinde, wegen des Weges oder des Pfades. Fraget, damit ihr euch nicht nachher den Vorwurf machen müsst, dass ihr es versäumt habt, den Meister persönlich zu fragen, solange er unter euch weilte. Die Bikshus aber schwiegen. Der Erhabene richtete dieselbe Aufforderung noch zweimal an sie, doch sie blieben bei ihrem Schweigen. Da sprach der Erhabene, meine Bikshus, vielleicht möchtet ihr nur aus Ehrfurcht vor dem Meister nicht fragen. Dann mag es jeder seinem Freunde anvertrauen. Die Bikshus aber schwiegen auch jetzt. Da sprach Ananda, Herr, es ist erstaunlich und wunderbar. Ich glaube, dass in dieser Schar Bikshus nicht ein einziger Bikshu Zweifel oder Bedenken wegen des Buddhas, wegen der Lehre, wegen der Gemeinde, wegen des Weges oder des Pfades hat. Ananda, erwiderte der Erhabene, du glaubst das nur, der Vollendete aber weiß es genau. In dieser Gemeinde gibt es nicht einen einzigen Bikshu, der solche Zweifel oder Bedenken hat. Denn von diesen vielen Bikshus hat selbst der Letzte schon den Weg zur Erlösung betreten, kann nicht mehr hinabsinken und ist sicher, einst zum vollkommenen Erwachen zu gelangen. Der Erhabene sprach zu den Bikshus. Wohl an, meine Bikshus, Achtet wohl auf das, was ich euch jetzt sage. Vergehen muss, was geworden ist. Unermüdlich müsst ihr an euch arbeiten. Dies war das letzte Wort des Vollendeten. Das Pari-Nirvana. Der Erhabene gelangte nun nacheinander zu den vier Stufen der Versenkung, dann zu den Gebieten der Raumunendlichkeit, der Wahrnehmungsunendlichkeit, des Nichts und zum Grenzgebiet von Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung, dann zum Aufhören von Wahrnehmung und Empfindung. Vom Aufhören von Wahrnehmung und Empfindung stieg er der Reihe nach herab bis zur ersten Stufe der Versenkung. Von dieser gelangte er dann wieder bis zur vierten Stufe. Unmittelbar von da aus erreichte er das Pari-Nirvana. Als der Erhabene zum Frieden einging, bebte gewaltig die Erde. Schrecken und Entsetzen erfüllte die Welt und vom Himmel dröhnte der Donner. Mein Schrecken und Entsetzen – Die Welt